WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Ich hab versucht, die Schleife zu beenden, aber ich bin in eine parallele Zeitschleife geraten. Wir sind alle in ernster Gefahr. Je länger wir in derselben Dimension sind, desto schlimmer wird alles. Das ist der Butterfly-Effekt. Ihr müsst ihn umbringen. Mich? Haltet ihn auf, sonst verursacht er noch größere Probleme. Tötet ihn, macht schon! Nein, Schwachsinn, bringt ihn um! Ihr vergeudet eure Zeit, tötet ihn! Alter, ich bin dein Freund, nicht er! Wisst ihr was? Scheiß drauf! Ich bringe das selbst in Ordnung. Ihr müsst ihn aufhalten! Warte, Ryan, vielleicht solltest du aufhören! Hört sich auf ihn, er ist verrückt! Ich hab das hier konstruiert, ich weiß, was ich tue! Du hast keine Ahnung, was du tust! Halt die Klappe, Fake Ryan! Ryan, ich hab ein komisches Gefühl dabei. Ryan, hör auf! Hasek ist eine Maßeinheit für Entfernung, nicht für Zeitsamung. Okay, jetzt lernst du Han Solo, also ein Glück, ne? Nein, nur ein normaler Kesselflug. Gray, hilf mir! Komm schon! Hast du mir wieder was in meinen Kakao getan? Ich hatte ihnen gesagt, sie dürfen das Ding nicht anstellen! Stellen sie es ab, sofort! Stellen sie es ab, sofort! Ergreif ihn, ergreif ihn, ergreif ihn, ergreif ihn, ergreif ihn! Haut ab, haut ab! Ryan, jetzt stell es schon ab, Mann! Und was tust du da? Männer, nimm ihm den Schraubenschlüssel ab, er ist ein College-Student! Das ist dein Schraubenschlüssel, wieso habt ihr Angst vor ihm? Okay, dann zieht den Stecker, zieht den Stecker von der Maschine! Zieht den Stecker! Das ist dein Schraubenschlüssel, wieso habt ihr Angst vor 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 ihr Angst Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020